Es gibt jetzt Weihnachtstuchmasken. So, und hier hat mich die Verkäuferin richtig komisch angeguckt, was ich auch verstehen kann. Hey, meine Lieben! Ich freue mich, wieder hier bei euch zu sein. Ich hatte ja jetzt eine längere Pause. Ich glaube, einen Putzvlog hattet ihr jetzt noch zwischendurch. Der war vorgedreht und jetzt drehe ich halt endlich wieder. Ich freue mich, es ging mir nicht so gut. Ich bin jetzt aber wieder zurück und ich habe auch richtig Bock. Ich war bei Action, ist schon ein bisschen länger her. Ich musste es ein bisschen aufheben, aber die Sachen sind dennoch neu. Manche Sachen sind sehr aktuell. Manche Sachen sind Standardsortiment. Auf jeden Fall einfach dranbleiben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr werdet hier sehr viele schöne Tipps von guten Produkten bekommen. Hoffen wir es. Gut, also ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich werde ihn hauen. So, ich habe hier einen riesigen Korb voll. Und genau, ja, normalerweise seid ihr es gewöhnt, dass ich ein bisschen mehr einkaufe. Aber ich weiß nicht, diesmal war halt nicht mega viel. Aber trotzdem lohnt es sich. So, und zwar fange ich hier mal an. Und das ist ein bisschen so ein Klassiker. Ich sage jedes Mal, ich liebe die Handtücher, egal welche. Die haben, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Qualitäten. Einmal mit Bambus, dann eine relativ günstige. Und dann halt nochmal diese Hotel Royale Premium Qualität Sorte. Und davon hatte ich diesmal diese kleinen, das sind so Hand, also Gäste-Handtücher. Die benutzen wir einfach im Moment sehr viel für Gesicht und ja eben für die Hände. Weil man sie schneller mal in die Wäsche schmeißen kann und dann nicht gleich so ein ganz großes, ja, Handtuch hat. Und deswegen habe ich hier drei, zwei, drei, vier Packungen mitgenommen. Ich hatte auch die anderen Qualitäten mitgenommen. Die waren aber gerade nicht, ja, da. Deswegen habe ich die genommen. Und genau, der Preis ist auf jeden Fall super. Man merkt schon, dass die Hotel Royale etwas dicker sind als die anderen. Ich mag dennoch alle total gerne. Also man kann alles total gut kaufen. So viel zu Handtüchern. Die Bettlaken, die Spannbettlaken sind übrigens auch super, super, super toll. So, weiter geht es. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich hatte hier doch gerade noch was anderes. Ach, das war das in der Tüte gewesen. Genau, das beinhaltet jetzt überwiegend Beauty tatsächlich. Mensch, ich habe das Gefühl, ich muss richtig nochmal reinkommen zum Reden, ne? So, also, da gab es etwas ganz Neues. Und zwar, ihr seht es schon, es gibt jetzt Weihnachtstuchmasken. Das ist so süß. Und ich musste die einfach mitnehmen. Erstmal wollte ich sie euch natürlich zeigen. Und zweitens, ich liebe Facemasken. Also jedenfalls diese hier. So, da habe ich hier einmal eine mit dem Reden hier. Das ist zur Refreshing und Moisturizing. Und mit Hyaluronaten. Genau, Hyaluronate sollen ja ein bisschen hochwertiger sein. Also, na, hier, Hyaluron kennt man ja. Und das soll davon halt eine ziemlich gute Hyaluronsäure sein. Und ja, das ist natürlich schön hier mit dem Rentier. Total süß. Ist das ein Rentier? Doch, ne? Oder ist das ein Elch? Hä, bin ich blöd? Ja, irgendwie schon. Na, gut. Auf jeden Fall habe ich hier noch einen Pinguin. Das ist ganz sicher ein Pinguin. Und das ist diesmal Deep Cleansing Facial Sheet Mask mit Teebaumöl. Genau. Soll ja gut gegen Unreinheiten sein. Ich habe das zwar schon öfter versucht mit Teebaumöl. Hat bei mir aber jetzt nicht so gut funktioniert. Dennoch musste jetzt natürlich der Pinguin auf jeden Fall auch mit. Und dann gab es noch einen Weihnachtsmann. Auch total süß hier. Refreshing and Moisturizing mit Orangenextrakt diesmal. Okay, also die finde ich persönlich noch am süßesten von allen irgendwie. Ja, es ist einfach total schön. Ja, rennt bitte hin. Das ist immer ganz süß. Die hatten auch so Halloween-schöne Masken. Also, sie geben sich halt immer Mühe. So, und hier hat mich die Verkäuferin richtig komisch angeguckt, was ich auch verstehen kann. Das sind die Lippenmasken von Action. Und die sind halt mega gut. Und ich liebe sie. Vielen Dank, liebe Susan, dass du sie mir das erste Mal geschickt hast. Ich hätte die sonst nie ausprobiert, weil ich immer dachte, ja, Lippenmasken brauchen brauche ich nicht. Aber doch, ich brauche sie. Ich kriege hier nämlich langsam Falten. Es geht im Moment noch. Aber es geht halt im Moment auch noch etwas dagegen zu tun. Ich habe die jedenfalls mitgenommen, weil die ganz oft bei uns ausverkauft sind. Diesmal waren wirklich, es waren auch mindestens noch zwei bis dreimal so viele da. Genau, die habe ich jetzt mitgenommen. Und was ich jetzt allerdings entdeckt habe, war, das waren nämlich immer so die günstigsten. Immer wenn man die in der Drogerie-Kraft bezahlt, man hat deutlich mehr für eine Anwendung, muss man ja auch noch dazu sagen. Hier hat jetzt eine 49 Cent gekostet, meine ich. Und ich habe jetzt von Revolution, und das mag ich persönlich halt ein bisschen lieber, Ich habe dann so einen Tiegel, und da waren jetzt, ich glaube, 30 Stück drin für 15 Euro. Und ich meine, der Stückpreis war weniger als das hier. Ich rechne euch das nochmal hier hin, was Revolution kostet und was dann die von Action kosten. Aber mir ist natürlich wenig... Nein, was rede ich denn? Mir ist natürlich wichtig, dass das günstig ist. Und dass es halt natürlich was bringt. Die hier helfen halt super gut. Du hast danach so das Gefühl, deine Lippen wurden aufgespritzt. Das ist total schön, das Gefühl von Taubheit. Nein, überhaupt nicht. Oh Mann, was darf ich hier? Gut, ja, das war auf jeden Fall das. Und genau, das hier gehört auch noch zu dem Bereich Beauty. Den habe ich für meinen Sohn mitgenommen für, ja, für sein Waschbecken. Das ist eine Weihnachtsmannseife. Ich habe da natürlich nicht dran gerochen. Das verkneife ich mir momentan tatsächlich einfach auch. Ja, riecht so ein bisschen süßlich, leicht nach Mandel, würde ich sagen. Und ja, kann man auf jeden Fall mal hinstellen. Den könnte man auch dann aufheben fürs nächste Jahr. Ihr müsst aber aufpassen, ich hatte da ein paar. Also es gab auch noch andere Ausführungen. Ich weiß aber gerade nicht mehr ganz genau, wie das war, weil es schon ein bisschen her ist. Aber davon waren auch ganz viele so ein bisschen zerkratzt, beschädigt. Guck da auf jeden Fall noch mal hin. Der hier hat auch ein paar Kratzer, aber das war noch am wenigsten. Und das ist ja jetzt auch nicht mega teuer. So, der gefällt mir jedenfalls auch. Ich hoffe übrigens, ich finde den Bong noch. Wenn ich den Bong nicht mehr finde hier nämlich, dann kann ich euch auch keine Preise einblenden. Also eventuell habt ihr diesmal ein Video ohne Preise. Also eventuell. So, genau. Dann habe ich das hier noch mitgenommen. Das ist Chicken Teriyaki. Das sind solche chinesischen Nudeln. Ich muss sagen, sie sind jetzt nicht die leckersten ever, aber manchmal habe ich irgendwie Hunger auf was Ekliges. Und dann sind die perfekt tatsächlich. Ich mag aber auch die normalen Yum-Yum-Nudeln total gern. Das sind halt keine Yum-Yum-Nudeln, aber die nachgemachten quasi, die es bei Action gibt. Die mag ich auch super gerne. Sogar noch ein bisschen lieber als die Originalen, muss ich sagen. Und genau, ich greife hier einfach relativ wild rein. Das ist auch gar nicht. Ich habe diesmal viel von einzelnen Artikeln mitgenommen, aber nicht so viele verschiedene. So, hier. Haltet mich für bescheuert. Ich habe davon schon ganz schön viele gekauft. Ich habe die letztens aber auch öfter mal meinem Sohn so zwischendurch gegeben. Weil letztens hatte er eine Freundin hier. Und dann habe ich die einfach mal zwischendurch. Wenn die einfach total lieb waren und total süß waren. Ich habe gesagt, hier habt ihr mal eine Überraschungstüte von Among Us. Und das lieben die ja total, das zu spielen. Und das sind halt einfach solche Überraschungssachen. Und die Sachen, die da drin sind, sind vor allem auch echt, die sind hochwertig. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein billiger Kack drin. Ich habe für manche 1,50. Da waren sie im Angebot. Und normalerweise kostet sie 2 Euro, habe ich bezahlt. Und dann hat man da halt, ja, eine Überraschung drin. Ich habe davon 2, 4, 6, ich weiß es gar nicht. Habe ich 10 Stück gekauft. Er hat mittlerweile auch nochmal 1, 2 bekommen. Und die habe ich jedenfalls für den Adventskalender gekauft. Er freut sich da so sehr drüber. Und die sind echt, wenn man die anfasst, das sind halt Schlüsselanhänger. Du kannst damit was anfangen. Es ist so schön. Ich freue mich sehr. Ich mag die selber auch total gerne. Also echt cool. So, und wenn wir schon mal bei Among Us sind. Und ich glaube, hiervon werde ich auch nochmal welche holen. Ich habe hier schon so zum Teil, das werdet ihr auch noch in dem Rossmann-Hol sehen. Den ihr entweder schon erst gesehen habt oder jetzt nochmal seht. Ähm, ja, jedenfalls habe ich hier online nochmal von Among Us. Und da gibt es auch verschiedene Ausführungen von. Hier, ähm, diese. Sag mal, sind das die gleichen, nur nicht als Schlüsselanhänger? Äh, nee, sind sie nicht. Okay, also hiervon werde ich jedenfalls auch nochmal eine Packung kaufen. Oder mehrere. Da gab es halt mehrere Ausführungen. Ich hatte jetzt das halt einfach mal mitgenommen, weil ich das einfach schön fand. Und da wird der Franz so viel Freude haben. Und was ich eigentlich sagen wollte. Ihr werdet das im Rossmann-Hol noch sehen. Ach, sorry, mega verzerrt schon wieder. Ähm, na, ich habe schon ein bisschen so Kleinigkeiten, Geschenke für Weihnachten und Nikolaus schon mal gekauft. Weil meistens ist es so, dass alle dann zu mir kommen und fragen, ja, hier, was können wir denn da so schenken und so, hier ist Weihnachten und so weiter. Und dann muss ich immer schon so ein bisschen was parat haben. Und, äh, genau, deswegen, ähm, nehme ich dann hier auch schon mal solche Kleinigkeiten mit. Darunter zählt zum Beispiel auch, ach Mensch, ich habe gerade gesehen, ich war so schlau und habe hier tatsächlich noch ein zweites Set mitgenommen. Und das ist auf jeden Fall auch schön. Hier der eine, das ist auch geil, der hat Klopapier hier auf dem Kopf. Die Dinger sind einfach total cool. Das Spiel macht an sich auch total viel Spaß. Aber ich habe leider immer so wenig, so wenig Zweites zu spielen. So, und hier ist nochmal der junge Mann mit, äh, mit einem Toilettenpapier auf dem Kopf. Und, ähm, einen davon hat er auch schon bekommen. Den sieht man hier hinten gerade. Das ist so ein, so ein Monster. Den habe ich ihm letztens schon einmal gegeben, weil das ich halt einfach verdient hatte. Und, ähm, weil ich ihn natürlich auch super gerne verwöhne. Und, ähm, ja, jedenfalls total cool. Sie waren halt auch im Angebot, als ich sie gekauft habe. Ich glaube, sonst koste ich einer 7 Euro oder 8 Euro. Hier habe ich jetzt nochmal den mit dem Spiegelei auf dem Kopf, den weißen. Auch total cool. Ich meine, ich müsste jetzt nur noch den schwarzen kaufen. Und dann hätte er, glaube ich, alle hinten, ähm, ja. Den werde ich dann also auf jeden Fall auch nochmal holen, das nächste Mal. Hier da den schwarzen, wenn ich bei Action bin. Das hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, das für ihn einzukaufen. Total cool. Und, ähm, ja, dann gab es das hier noch. Übrigens, ähm, genau, ich war da eigentlich bei Action, um für meine Freundin zum Geburtstag noch was einzukaufen. Ich habe das, äh, ihr schon geschenkt. Ich habe das deswegen nochmal separat abgefilmt. Das seht ihr dann jetzt. So, ihr Lieben, wie gerade im Video schon angeteasert, wollte ich euch jetzt nochmal ganz schnell zeigen, was ich bereits an meine Freundin verschenken musste. Und, ähm, ihr seht ja jetzt gerade schon hier so einen kleinen Überblick. Wir gehen das ganz schnell einmal durch. Ich habe hier einmal, weil sie hat halt echt keine Action in der Nähe. Und, ähm, kann sein, dass ich das schon gesagt habe. Falls ja, sorry. Ähm, genau. Hier haben wir einmal diese Body Butter oder Body Cream. Und ich finde den Duft sehr schön. Deswegen wollte ich ihr das ganz gerne einmal mitnehmen. Genauso wie das Body Scrub. Sie kommt da halt so nicht ran. Deswegen ist das halt insofern was Besonderes. Weil, ja, dann kann ich ihr das mal mitbringen. Das ist ganz cool eigentlich. So, das zusammenfand ich halt ganz schön. Und, ähm, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon öfter gehört habt. Ich weiß gerade nicht, welches Video ihr zuerst seht. Sie, äh, liebt Einhörner. Und deswegen mussten auch die Unicorn Cakes einmal mit. Und, äh, ja. Das, ähm, macht sich insgesamt sehr gut im Bild. Weil alles sehr rosa und sehr mädchenhaft gehalten ist. Und, ähm, genau. Den habt ihr auch schon bei mir gesehen. Den habe ich... Moment, wo ist denn das Kamera hier? Den habe ich mir auch schon gekauft. Das ist so ein elektrischer Massage, ähm, Gesichtskram irgendwie. Also, das vibriert so ein bisschen. Das ist echt angenehm. Wenn man Kopfschmerzen hat tatsächlich auch. Ähm, funktioniert mit einer Batterie. Und wenn man eine Maske allgemein im Gesicht hat, habe ich auch mal von der lieben Sue erfahren. Dann kann man, ähm, das Ding zum Beispiel auch total gut in den Kühlschrank packen. Und sich dann damit einfach massieren. Und während man eine Maske drauf hat. Egal, ob eine Crememaske oder Tuchmaske. Oder einfach nur sein Serum, ähm, damit einzumassieren. Das ist echt sehr angenehm. Klar, das ist jetzt nicht das allerbeste Gerät ever. Aber ich finde, für das kleine Geld, ähm, kann man sowas echt gern mal verschenken. Weil, ja, ich weiß nicht. Äh, viele machen sowas ja tatsächlich täglich. Aber manche eben auch nur ab und an. Und deswegen finde ich das so auf jeden Fall total okay. Und da kann man ja mal ausprobieren, wenn man es total gut findet. Da kann man sich ja was hochpreisigeres kaufen. Ja, dann hier natürlich, ähm, meine Lieblingslippenmaske. Die ich auch das erste Mal von der lieben Sue geschickt gekriegt habe. Und ich vorher niemals ausprobiert hätte. Aber tatsächlich sind die richtig gut. Dann gab es ja hier die, die habe ich auch schon ein paar Mal bei Instagram gesehen. Diese Prinzessinnenmasken. Die gab es bei uns jetzt aber erst neu. Da habe ich hier einmal von Pocahontas. Das ist mit, ähm, Name, Teebaumöl. Dann haben wir hier die Jasmin. Das ist mit, lasst mich mal gucken, Orangenextrakt für Refreshing and Moisturizing. Also hier revidiert. Nein, erfrischend. Und, äh, Feuchtigkeitsspendung. Und dann hier haben wir die Ariel. Das ist, ähm, auch Refreshing, Moisturizing, Enriched with Hyalurolate. Ja, okay. Also auch mit, ähm, Hyaluronsäure mit hochwertiger. Also recht hochwertiger. Und, ähm, recht hochwertiger. Was erzähle ich hier schon wieder, Alter? Am jeden Fall sehr schön, sehr, ähm, artistisch angeraucht. Und hier haben wir die liebe Belle nochmal mit, ähm, was steht denn hier? Deep Cleansing und Perilla Leap Extrakt. Genau. Für alle Hauttypen. Und, ähm, wollte ich ja einfach, wie gesagt, einfach mal eine kleine Auswahl bieten. Und, dass sie einfach mal ein bisschen sich austesten kann mit Sachen, die sie einfach gar nicht, ähm, ja, da kommt sie ja gar nicht ran, wenn sie nicht gerade nicht dahin fährt. Oder nicht auch immer. Auf jeden Fall dann hier nochmal die schöne Handmaske. Die habe ich mir auch schon gekauft. Ich habe sie noch nicht benutzt. Aber für 99 Cent so eine Maske, das gibt es leider nicht oft. Meistens bezahlt man um die 3 Euro. Und hier 99 Cent. Heftig. Ja, also wie ihr sehen könntet, das war es erstmal für meine Freundin und ich hoffe, sie freut sich. Ach so, ihr Lieben, das habe ich total vergessen. Diese Tasche. Da ist jetzt bereits alles drin. Das wird quasi die Geschenktasche. Ich packe die Sachen zwar auch nochmal ein bisschen ein, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht, aber da drin wird alles transportiert, weil normalerweise kaufe ich immer eine große Geschenkbox. Aber die gab es die immer halt irgendwie nicht. Und deswegen habe ich die genommen. Finde ich auch mega schön. Kann man eben auch wiederverwerten. Das ist so ein richtiges Tragetaschen-Teil. Und naja, ihr seht ja, das ist mega. So, also so viel zu den Sachen von meiner Freundin. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Das war nämlich der eigentliche Hauptgrund, warum ich überhaupt zur Action gefahren war. So, und jetzt habe ich hier noch was gefunden. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe die letztens bei Rossmann überwiegend gekauft. Jetzt habe ich hier diese LED-Lichter gesehen. Ich weiß, das ist keine Neuheit. Ich hatte das auch schon. Da war mein Sohn noch ganz klein. Eins oder zwei. Da hatte ich auch schon solche LED-Dinger. Aber ich fand jetzt die hier halt einfach total schön. Ich bin jedes Mal wieder so, so, so einfach froh, dass wir das haben. Ich werde die hier jetzt, denke ich, auf dem Tisch platzieren. Die haben ja meistens auch, hat der hier eigentlich auch einen Timer? Das weiß ich nicht. Die hier von Rossmann haben halt einen Timer. Das ist super, super, super schön. Und die hier können jetzt halt auch, die sind halt auch bunt anzuwenden. Und deswegen fand ich die halt auch so cool. Und die Packung hat nur 6 oder 7,99 Euro gekostet. Also drei Packungen. Ich bezahle sonst für eine 5 bis 6 Euro bei Rossmann. Das ist sonst auch, das ist okay. Also gerade, wenn jetzt die hier keinen Timer haben, aber die anderen haben einen Timer. Das ist unfassbar toll. Die gehen jeden Abend zur gleichen Zeit an. Oder auch, wir haben auch ein paar Kerzen stehen. Die gehen morgens an. Das ist einfach so toll. Du musst nicht hinterherlaufen. Du musst nicht aufpassen. Das ist einfach nicht gefährlich. Das ist einfach toll. Okay, die Batterien, die nerven dann vielleicht nach einer Weile mal. Aber ich habe die jetzt seit Anfang stehen. Bei der einen müsste ich jetzt langsam mal wechseln. Aber das sind auch schon mal Wochen. Bestimmt schon zwei Monate hängen die da. Jeden Tag sind an. Mega. Das ist geil, Alter. Sorry, ich mag gar nicht diese Kraftausdrucke so. Aber, ähm, also ich fluche schon gerne. Aber geil finde ich jetzt nicht so toll. Egal, auf jeden Fall. Interessiert ist keine Sau. Die Kerzen sind toll. Und ich hoffe, die hier auch. Aber, ähm, ja. Werde ich euch nochmal wissen lassen, irgendwie. So, und dann geht es hier noch weiter mit Essen. Hier habe ich auch nochmal ein Überraschungspaket für jemanden. Und, äh, derjenige liebt Beef Jerky. Und, äh, die sind da immer relativ günstig. Die kosten ja bei Edeka, meine ich, 1,99. Und da bezahlt man, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob 1,29 oder 1,59. Auf jeden Fall etwas günstiger. Und, ähm, deswegen durften die da mit. Da gibt es allerdings nur die Originalen. Und, äh, im Supermarkt bei Edeka gibt es da natürlich noch andere Sorten. Aber die durften jetzt hier mit. Ich muss sagen, ich habe das auch schon mal gegessen. Fand es, also erst stinkt es total. Dann war es eigentlich ganz lecker. Dann habe ich aber so viel gegessen, dass es mir schlecht war. Das war dann eine ganze Packung hier. Das ist auch gar nicht viel. Das sind nur 20 Gramm. Aber es war irgendwie, äh, hat dann gereicht. Also ich musste sie dann auf jeden Fall nicht nochmal essen. So. Und dann habe ich hier für meinen Sohn, der liegt ja Beefy. Die habe ich ihm da auch nochmal mitgenommen. Ich meine, sie sind ein bisschen günstiger als im Supermarkt. Aber so viel nimmt sich das auch nicht. Also, ähm, das ist so oder so auf jeden Fall okay. Ja. Genau. Und dann habe ich hier jetzt eigentlich nur noch Süßigkeiten. Die sind auch noch für das Überraschungspaket. Und ich bin so stolz auf mich. Lieben die Dinger eigentlich auch total. Aber, ähm, tatsächlich, äh, sollte ich mich im Moment etwas zurückhalten. Das ist jedenfalls von, äh, Reeses hier Peanut Butter Cups. Und die sind so lecker. Es gibt bei Lidl auch nachgemachte. Ich finde aber, die schmecken leider nicht genauso. Ich mag die hier ein bisschen lieber. Die sind etwas zarter. Irgendwie auch in der Schokolade. Und, äh, ja, die möchte ich jetzt auch mal verschenken. Und, ähm, genau. Deswegen habe ich auch diese hier mitgenommen. Die sind auch so lecker. Und ich darf sie auch nicht aufmachen. Genau. Ich bin übrigens stolz auf mich, dass ich sie halt selber nicht gefressen habe. Weil meistens, wenn ich Fatsch zum Beispiel kaufe und das verschenken will, dann muss ich es auch schnell verschicken. Oder verschenken. Weil ich die es uns esse. Das gibt es noch nicht. So. Also, das hier sind solche Karamell-Strobwaffeln, glaube ich, werden die auch genannt. Ja, sind mega lecker. Mega ungesund. Mega Zucker eigentlich nur. Aber, Alter. Ja, da steht doch Strobwaffeln. Mega lecker. Also, unbedingt essen. Die gibt es ja auch noch so im Groß. Also, wenn ihr zunehmen wollt, dann esst. Wenn ihr nicht zunehmen wollt, dann lasst sie lieber weg. Weil die machen auch süchtig. Das ist ganz schlimm. Die hier sind genauso. Die sind zum Glück auch zum Verschenken. Das sind die Coloridos. Kennt man bestimmt auch von Lisa Schnapper. Und, äh, ja. Die sind einfach auch mega lecker. Das ist noch Karamell zwischen. Und ich muss schon schlucken, weil das so lecker ist alles. Genau. Ja, möchte ich aber halt auch verschenken. Und das kommt dann jetzt auch weg. Ich bin auch froh, wenn ich jetzt hier abgedreht habe, kann ich das Paket nämlich eigentlich wegschicken. So, und das hier habe ich noch für meinen Sohn mitgenommen. Die sind nämlich auch einfach immer super, super, super lecker, die Kinderkarts. Und deswegen durften die dann auch mit. Hier ist sogar diesmal gratis testen mit Geld-Zurück-Garantie. Anleitung, Seerückseite. Muss man bestimmt wieder den Bon irgendwie hochladen oder so. Ähm, nee, einen Code musst du einschicken. Also, auf kinderkarts-gratistesten.de. Vielleicht mache ich das. So, auf jeden Fall, äh, ja. Lecker, lecker, lecker. Zum Glück nichts für mich zum Essen dabei. Das macht aber auch nichts dafür. Ach, da unten ist auch noch was, Mensch. Okay, war aber nur noch der hier. Ich habe nur noch mal von diesen Nudeln, die habe ich ja eben schon einmal gezeigt, noch mal Klassik mitgenommen. In der Hoffnung, dass das ein bisschen leckerer ist als das. Ähm, sind aber beide ganz okay. So, ich danke euch fürs Zusehen. Okay, es hat mir Spaß gemacht und ich werde jetzt gleich weiterdrehen. Und wie gesagt, mal gucken, ob ihr Rossmann oder Action zuerst seht. Und, ja, macht's euch schön. Bis bald und, ähm, ja, einen schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.